Wann haben sie einmal ihrer Frau gesagt, du siehst ein Hammer aus, wie du dich richtest, wie du die Firma zusammenhältst, die Kinder großziehst, dieser ganze Sex, ich kann schon gar nicht mehr, mach weiter. Wann haben sie einmal zu ihrem Mann gesagt, du Don, du gottähnliches Wesen, du Bezirksbefruchter von Berlin, was bist du für ein geiler Typ. Und jetzt passiert das, was in jeder Veranstaltung passiert, als ich eben gesagt habe, sag deiner Frau, die ist toll, da war das hier ganz leise und die Frauen alle, ja, kannst du sagen. Dann habe ich den gleichen Satz wiederholt und habe gesagt, sag deinem Mann, der ist ein gottähnliches Wesen. Was ist passiert? Jungs, habt ihr es mitgekriegt? Die Frauen haben uns gerade ausgelacht. Jungs, habt ihr es mitgekriegt? Die Hühner haben uns ausgelacht.